Rot, Rot, Silber, die gibt es natürlich in zig andere Farben, jeweils immer zwei Stück. Position 32. Und weiter mit der 33. Immer zwei Stück. Und weiter mit der 34. 35. Schön. 75 Millimeter. Sehr, sehr schön. 36. 37. 38. 39. 40. 40. 41. 40. 100 Millimeter. 42. 40. 41. 40. 41. 41. 41. 41. Die schwächeln ein bisschen. 44 in 100 Millimeter. Oh ja. Geil. Ah, ah, ah. 45. 46. 47. Boah, geil. Oh ho 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 ho. 48. Traumhaft. Das 100 Millimeter. Oh ja. 100 Millimeter. Die Silberregen sind das, ne? Geil. So, 49, auch Silberregen, 125 Millimeter. Da wird aber nur ein Stück geschossen, steht zwei auf der Liste. Und das gleiche als 150 Millimeter, Position 50. So, 100 Millimeter Blinker in 51, äh, Quatsch, in 51, nur 51. Der ist noch nicht Blinker. Und Blinker in 150 Millimeter, Position 52. Die war mal die ganze Liste, die 100er. Jawohl. Weiter mit Kaliber 125 Millimeter, Position 53. Schön. 54. 55. Ho, 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 ho. 55. 56, 150 Millimeter. Ja, wie die Atomic Blue, ein bisschen, ne? 57. 58. 50. Ihhh, grün-violett. 59. Oh, nicht meins. 60. Oh, die 100er besser. Jetzt kommt Zylinderbomben, Kaliber 125, acht Polypen in Folge, Position 61. Sauber. Nächste auch, 125 Millimeter, Skala 8, Position 62. 150 Millimeter Zylinderbombe, Position 63. Ja. Stuttgart-Einkaliber 150 Millimeter, Position 64. Stuttgart-Einkaliber 150 Millimeter, Position 64. Stuttgart-Einkaliber 150 Millimeter, Position 64. Ja. 200 Millimeter Superblinker, Position 65. Stuttgart-Einkaliber 15. Ja, das ist die Schieße, man, nächster Weihnachtsmarktfeuer-Weierwaffe. Ja, was ist das? Ist das? Oh ja. Kaliber 150 Millimeter, Position 67. Das war ein Jellyfish wohl. Na ja, das ist nicht so. Ghost Shell, Kaliber 150 Millimeter, Position 68. Das ist gut. Die anderen haben einen Zweifachwechsel. Position 69, doppelte Ghost Shell, Kaliber 200. Ja! Gib mir alles. So, und weiter mit Kaliber 200, Position 70. Geil. Frag mich nach dem Preis. Oh ja! Ja! Und die 71, ne kleine Abschussbund, ne? Ne kleine! Jawoll! Das war ein wenig. Das war's mal. Oh mein Mann! Das war's, oder? Vielen Dank.